Dank euch geht unser Herzblutprojekt weiter. Viel Spaß mit Almania Staffel 2. Halleluja! 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 Uwe! Unterricht. Ich muss jetzt schneller Stoff machen als dieser Lehrer von Breaking Bad. Unser Physiklehrer hat Burnout wegen dem Fachkräftemangel. Unser Mathelehrer bekam doppelt so schnell Burnout. Wow. 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 Der neue Waller-Instant-Einsprung. Bei wem haben die Sexualkunde? Burnout. Dann werde ich das übernehmen. Die dürfen erst wieder miteinander reden, wenn die aufgeklärt sind. Scheide? Das war mit Penis beschriftet. Das ist eine Schule. Hier ist original alles mit Penis beschriftet. Ehrenlehrer Loser. Ehrenlehrer. Ehrenlehrer. Jonas, ich glaube das ist übergrifflich. Das war das abartigste, was ich je gesehen habe. Der hat uns traumatisiert, der Bastard. Ich bin ja glücklich vergeben. Wir haben uns nur fast geküsst und das lag am Titilab. Da war nix. Da war nix. Da war was. Ich bin fertig. Gotti! Woooo! Alle leerlehrer. Alle leerlehrer. Long, long, meine Bräse. Richtig vorbei, Alter. Guck, 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 guck. So dramatisch. Es ist schon ein bisschen Hollywood, wenn Sie mich fragen. Ich will nicht wiederholen. Vor allem Klasse 1 bis 4 nicht. Wir feiern die zweite Staffel auf jeden Fall richtig, wir hoffen ihr auch, denn wenn es genug Aufrufe gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Staffel 3. Deswegen ab jetzt hier acht neue Folgen Almania für euch und vielen, vielen Dank für euren Support von mir, vom Team und vom Cast und jetzt viel Spaß mit den neuen Folgen. Ab! So, rein Römern!